Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Matze, Servus und Misha. Aloha. Ich wäre auch gerne auf Hawaii jetzt. Ich habe nicht gesagt, dass ich auf Hawaii sitze. Nee, nee, wäre aber schön eigentlich. Ja, so ein bisschen Urlaubsstimmung, jetzt bei den Mistwetter draußen, wäre nicht schlecht. Was denn? Findest du das Wetter einfach nicht toll? Es ist mir etwas zu wechselhaft, aber sonst, es könnte schlimmer sein, man soll ja zufrieden sein mit dem, was man hat. Wir haben noch keinen Atompilz, alles wunderbar. Ja, okay, wir können uns auch ein kleines bisschen in die Fremde flüchten, wir haben ja die Möglichkeiten dazu. Wir sind ein Japan-Podcast, wir flüchten uns jedes Mal in die Fremde, nur so nebenbei. Ja, 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 und wir nutzen das. Fun fact, übrigens in Japan war diese Woche bereits der heißeste Tag des Sommers, mal wieder. Deswegen sage ich, wir könnten es schlimmer haben, ne? Eben. Also eine gute Gelegenheit, drin zu bleiben, auf jeden Fall. Und da haben wir was für euch. Ja, und zwar, es läuft noch das Jahr Japanese Film Festival Online 2024. Das geht noch bis 3. Juli und ist auch in Deutschland verfügbar, denn die Inhalte kann man kostenlos schauen auf der Webseite. Wir werden die Webseite auch verlinken, weil sie hat nicht den einfachsten, ja, die einfachste URL. Genau, klickt bitte in den Show Notes. Und besonders laufen da noch Fernsehserien, zwei Stück, nachdem unser Podcast rauskommt. Das sind einmal Downtown Rocket, wo ein kleiner Raketeningenieur in einem kleinen Dorf eine neue Firma aufzieht. Und das ist, ja, die Vorstellung davon ist natürlich lustig. Ich habe noch nie was über Raketeningenieure in Japan gesehen. Stimmt. Man hört immer nur in den News davon was, aber ja, eigentlich ein interessantes Thema, oder? Ja, ja. Und das zweite ist Rikou, ist auch ähnlich, ist auch also ein Geschäftsdrama, wo einer der traditionellen japanischen Socken, diese Tabi, die am großen Zeh so eingeschnitten sind, produziert und ja, umschwenkt auf Schuhe. Auf Rennschuhe, auf Laufschuhe. Hm, auch interessant. Die Besonderheit ist, das ist halt alles online kostenlos verfügbar und ihr könnt euch dort auch weitere Informationen zu den jeweiligen Filmen und Serien, also es liefen bis zum 19. Filme, könnt ihr euch halt ansehen und vor allen Dingen auch jeweils eine Botschaft des Regisseurs. Ja, da sind kleine Extras dabei. Genau, das ist eigentlich tatsächlich sehr schön und ja, also es ist halt so, dass Downtown Rocket zehn Episoden hat und die andere Serie hat, glaube ich, auch zehn. Ja, genau, beide zehn. Also da habt ihr noch ordentlich was zu sehen, weil die Folgen sind teilweise sehr lang. Ja. Oh wow, ja, also Folge eins von Downtown ist mal eben 93 Minuten. Ja, aber bis Juli hat man ja genug Zeit, sich das anzugucken, ne? Genau, und vor allen Dingen ist das jetzt gerade eine schöne Alternative zum Fußball. Hinzu kommt übrigens, das ist OMU, das heißt also, ihr habt einen Untertitel übersetzt, also synchronisiert sind sie natürlich nicht. Das kommt jetzt bei uns alles ein bisschen spät, wir hatten ja in unserer Monatsvorschau schon darauf hingewiesen, jetzt halt nochmal ein bisschen genauer als Werbung. Nächstes Jahr läuft es dann wieder und da weisen wir euch dann auf jeden Fall auch früher darauf hin, weil es gibt eine Unmenge auch an Filmen, die ihr dort geboten bekommt. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Festival, da sind vor allen Dingen auch sehr viele Klassiker dabei. Also querbeet, da ist eigentlich für jeden was dabei, muss man ganz ehrlich sagen. Sogar Horrorfilme für die Horrorfans. Juhu. Können wir also sehr empfehlen und ist halt zum Beispiel für jemanden wie mich, der es einfach nicht schafft, auf dem Filmfest zu gehen, kommt hier halt auch ein Genuss von japanischen Filmen. Ja, das haben wir letztens schon wieder das Problem gehabt, ne? Ja, ich weiß. Das ist ja jedes Mal so. So, wir verlinken euch alle Informationen unten in die Shownotes natürlich, logisch, und dann klickt einfach mal rauf, schaut es euch an, wir können es wirklich wärmstens empfehlen. Es macht einfach Spaß und ist eine angenehme Abwechslung. Und damit sind wir dann bei unseren normalen Themen und ja, diese Woche gibt es dann wieder einiges, logischerweise. Und wir fangen mal an mit der Politik, denn da hat sich einiges getan. In Japan ist letzte Woche das neue Einwanderungsgesetz der Kraft getreten oder die Überarbeitung, wenn man es genau nimmt. Und zwar ist so der Hauptteil, dass man sagen kann, Japan kann jetzt schneller abschieben. Und zwar geht es speziell darum, dass es in Japan so ist, wenn man einen Asylantrag stellt und der wird bearbeitet, ist eine Abschiebung ausgesetzt normalerweise. Also, natürlich gefällt das der Regierung nicht, oder sagen wir mal, natürlich gefällt das vor allem den Konservativen nicht, die der Meinung sind, das System wird halt ausgenutzt. Man sollte dazu sagen, ja, das mit dem Ausnutzen ist so eine Sache. Keiner weiß, ob es wirklich ausgenutzt wird, weil es gibt ja keine Statistik darüber. Deswegen hat man halt mit Zahlen jongliert, die man mal kurz angefragt hat. Und also keiner weiß genau, wo die herkommen. Das ist auch eine ganz große Kritik der Opposition. So schön, dass ihr gefragt habt, super, aber wo habt ihr die her? Weiß halt keiner. Und es ist jetzt halt durch. Und wie gesagt, ja, jetzt kann er schneller abgeschoben werden. Was ebenfalls neu ist, ist, dass Asylbewerber dürfen sich jetzt auch außerhalb der Einwanderungseinrichtung aufhalten. Das ist ja so, dieses Problem mit der Einwanderungshaft. Man landet ja schnell, ja, wird ja im Prinzip weggesperrt oder in manchen Fällen sehr häufig. Und unter der Aufsicht von Familienmitgliedern oder Unterstützern darf man halt eben diese Einrichtung verlassen. Das Problem daran ist, dass das nicht für jeden gilt, sondern dass das willkürlich entschieden wird und auch eine Kaution tatsächlich notwendig ist. Ja, mit den Zahlen ist es sowieso so eine komische Angelegenheit. Es gibt einige Asylanträge in Japan. So im Jahr 2023 sind über 10.000 eingegangen. Wie viel waren es genau? 13.800 ein paar zerquetschte. Das ist schon hoher Wert. Ich glaube, der zweithöchste seit Beginn der Aufzeichnungen. Aber ein Flüchtlingsstatus, das gibt es viel, viel seltener. Also das sind nur die 300 Personen in dem selben Jahr. Und da haben fünf von ihnen nur mehr als einmal einen Antrag gestellt. Also im Endeffekt, diese Änderung an dem Gesetz betrifft wirklich ganz wenige Leute, die kein großes Problem sind. Wirklich kein großes Problem für das System. Aber trotzdem muss daran rumgefeilscht werden, wegen halt irgendetwas, was fast schon imaginär komplett ist. Ja, es ist irgendwie ein Problem, was sich Japan selbst ausgedacht hat. Weil zumindest, wenn wir uns die letzten Jahre angucken, konnte ich irgendwie nicht vorstellen, dass das jetzt etwas wäre, wo Japan derartig hätte dran rumschrauben müssen. Eher in die andere Richtung, weil die Anzahl der akzeptierten Anträge ist halt wirklich lachhaft. Also das ist eine Zahl, da kann man eigentlich nicht mehr Kopf schütteln. Ja, wobei man ist ja stolz darauf, dass es mittlerweile mehr sind. Ich meine, ja, es ist immerhin ein bisschen mehr, aber trotzdem ist es so, es war nicht nötig, das Gesetz in die Richtung zu ändern, meiner Ansicht nach. Nö, so sieht das tatsächlich auch die Mehrheit der japanischen Bevölkerung. Es gibt nämlich irrsinnig viel Kritik aus der Bevölkerung raus. Es ist halt eben so ein Prestigethema der Extremkonservativen in der LDP. Naja, und da wurde es dann halt immer weitergemacht. Es wurde ja schon mal ausgesetzt, es sollte ja ursprünglich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann das war, ich glaube 2021 in Kraft treten. Da war der Protest allerdings extrem hoch und jetzt hat man es halt dann einfach wieder aufgegriffen und dann hat man einfach den Protest komplett ignoriert. Es ist nicht die einzige Änderung, Japan hat tatsächlich noch eine Sache verschärft und zwar geht es darum, dass sich die Regeln für dauerhaft ansässige Ausländer in Japan ändern. Und zwar genau die, die eine Daueraufenthaltsgenehmigung haben, die ja allgemein schon sehr, sehr schwierig zu bekommen ist. Also man muss ja mindestens zehn Jahre in Japan gelebt haben, sich in Anführungsstrichen anständig benehmen. Was genau damit gemeint ist, ist halt, man darf nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten und so weiter. Man muss den Lebensunterhalt natürlich auch selbstständig bestreiten können und öffentliche Pflichten erfüllen. Auch da ist nicht genau definiert, was sie damit eigentlich meinen. Jetzt ist es halt so, dass man gesagt hat, okay, wir müssen da noch eine Klausel hinzufügen und diese Klausel besagt halt eben tatsächlich, es geht darum, wer absichtlich keine Steuern zahlt und keine Sozialabgaben, dem wird eben diese Daueraufenthaltsgenehmigung entzogen. Ein Punkt, der besonders stört ist, dass man das zwar sagt, okay, wer keine Steuern zahlt, aber man lässt es ein bisschen offen in der Formulierung. Das heißt also, dass es halt auch zum Beispiel sein kann, wenn man jetzt, ja, weiß ich nicht, krank ist oder was weiß ich was und die Steuern halt mal nicht zahlen kann oder irgendwie so in dem Dreh sich ein bisschen verspätet mit der Zahlung, dass dann die Gefahr besteht, okay, herzlichen Glückwunsch, Ihre Daueraufenthaltsgenehmigung ist weg. Und es ist auch so, dass bei geringfügigen Verstößen, je nach Ermessen der Behörden, ebenfalls ein Entzug stattfinden könnte. Einfaches Beispiel wurde ebenfalls von den Kritikern genannt, wenn man seine Aufenthaltskarte nicht mitschleppt, dazu gibt es ja eine Pflicht und ja, hat man dann halt eben einen schlecht gelaunten Behördenmitarbeiter, dann kann es sein Tschüss Daueraufenthaltsgenehmigung. Und da gibt es immens Kritik, trotz allem, tja, es wurde halt beschlossen. Ja, das ist aber auch schon sehr eklig eigentlich. Ja. Eine, überhaupt eine Daueraufenthaltsgenehmigung zu widerrufen ist ein Streitthema, das ist, ähm, weil wenn du eine Daueraufenthaltsgenehmigung hast, dann bist du im Endeffekt ein japanischer Bürger und solltest so behandelt werden, ne, und dann solltest du für deine Vergehen auch so wie ein japanischer Bürger bestraft werden. Ne, aber das hier ist halt ein, ja, ausländerfeindliches Gesetz, äh, einfach, kann man einfach so sagen, ne. Richtig. Es geht darum, dass man die Leute rausschmeißt, um einfach die Message nach außen zu tragen, dass Ausländer, die sich nicht benehmen, sich hier nichts zu suchen haben. Aber das sind ja keine Ausländer, das sind Leute, die mindestens zehn Jahre in Japan gelebt und gearbeitet haben. Naja, und das kommt halt vor allen Dingen hinzu, wie du sagtest, das ist halt eben das Signal, was man nach außen sendet und, äh, auch da sagen Kritiker, Leute, jetzt überlegt doch mal, hallo, wir brauchen mehr ausländische Arbeitskräfte, das hat ja selbst die Regierung mittlerweile schon kapiert. Ja, und, äh, da kommt dir mit sowas an, was ist denn das für ein Signal? Die macht, also Japan macht eigentlich, ja, auf der einen Seite, wir wollen mehr Ausländer haben und auf der anderen Seite, aber, und dann werden halt die Regeln verschärft. Ja. Ja, das ist gar kein gutes Signal. Ich meine, klar, man kann jetzt natürlich sagen, ja, da muss man sich halt benehmen und so weiter und so fort, aber zum einen darf man nicht vergessen, das Steuersystem in Japan ist selbst für Japaner so gut wie nicht zu verstehen. Ich meine, klar, das kennen wir vom Deutschen auch, ne, ähm, aber das ist wirklich super kompliziert, nicht jeder kann sich einen Steuerberater leisten, weil die kosten wirklich richtig Geld. Ähm, es gibt aber auch keine Bemühungen dann zu sagen, ja, dann erklären wir doch das für die Ausländer ein bisschen besser, das wurde ja auch schon abgelehnt von der Behörde. Ähm, und dann halt eben die Kleinigkeit, dass diese sogenannten festgelegten Pflichten, wenn man dagegen verstößt, ähm, dass die Gefahr jetzt einfach auch besteht, äh, dass man die Daueraufenthalt, ähm, oder den Daueraufenthalt verliert, das kann's einfach nicht sein. Weil, ich bleib mal beim Beispiel, diese Karte mitzuführen, ja, mein Gott, das kann man auch mal vergessen, man vergisst auch sein Perso mal oder so, das ist halt einfach so. Und, ähm, wenn man dann damit rechnen muss, dann bei den, äh, also je nachdem, was man für ein Sachbearbeiter hat, und wir wissen, die Sachbearbeiter in Japan sind nicht gerade pingelig, das zeigen sehr, sehr viele unangenehme Beispiele, ähm, oder lass es einfach jemanden sein, der Ausländer halt gar nicht mag, ja, schwupps, ist sie weg, toll. Und dann nur, weil ich ne Karte vergessen hab, hahaha, das kann's also wirklich nicht sein, und das ist ein komplett falsches Signal, ähm, und wie gesagt, das ist so die ganz große Kritik, die sowohl aus der Politik, wie auch von der Anwaltskammer, natürlich aus der Bevölkerung und so weiter kommt, ähm, klar gibt's auch Unterstützer, die halt sagen, ja, nee, richtig so, weil man will ja nur gute Ausländer haben, ne, aber man vergisst einfach den Faktor Mensch. Nicht nur den Faktor Mensch, ne, auch den Faktor Wirtschaft, alles vergisst man dabei, radikal konservativ rechtsgedacht, aber nichts weiter, ne, das ist fürchterlich. 3,4 Millionen Ausländer sind in Japan, davon sind rund 890.000 dauerhaft 68, das heißt, diese Leute arbeiten da seit Ewigkeiten, die haben, ne Menge von denen haben Familien dort, ne, und wenn du jetzt aus Versehen mal deinen verdammten Lappen nicht mitschleppst, heißt es dann, ah, du und deine Familie, raus, oder heißt es dann nur du raus, und deine Familie bleibt dann eine hier, oder was ist das, was ist das für ein Unsinn? Das ist auch noch nicht wirklich geklärt, tatsächlich. Also wahrscheinlich, ja, du und deine Familie raus. Aber es ist, wie gesagt, ein fatales Signal, ähm, nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier einen Facharbeiter, der wahnsinnig wichtig für die Forschung ist, da macht man natürlich dann eine Ausnahme, das ist klar, weil den darf man ja nicht rausschmeißen, aber wer garantiert das? Es wird zwar grußspurig gesagt, hey, das machen wir nicht, ja, wir müssen aber beim Politiker was sagen, und was auch jetzt am Schluss unten ankommt, das sind immer zwei verschiedene Fachschuhe. Ich meine, es ist jetzt, ja, machen, sorry. Ne, mach ruhig. Ich meine, es ist halt eine Frage der Umsetzung, ne, die können natürlich sagen, öh, ja, na, wir schätzen jeden einzelnen Fall ab, aber wer erklärt das dem Sachbearbeiter, und wie soll der abschätzen, ob der ja den armen Damen oder den armen Herren jetzt in der gesamten Familie rauskriegt, weil der halt sein Kärtchen vergessen hat, oder ob er jetzt mal ein Auge zudrücken soll. Also das ist, das ist doch überhaupt nicht festgelegt, wie man damit umgehen soll. Richtig, und wer sich das übrigens nicht so wirklich vorstellen kann, der soll einfach mal bitte an Bürgergeld denken. Das ist nämlich auch so, es gibt Regeln, aber die Regeln werden von jeden irgendwie anders ausgelegt, und man schlagt das selber überhaupt nicht durch. Es kommt halt immer drauf an, bei welcher Abteilung man landet, also in welcher Stadt zum Beispiel. In Köln ist es schon wieder anders als in Hamburg, selbst in Köln oder in Düsseldorf oder wo auch immer, weil einfach jeder diese Regeln anders interpretiert, und das ist das Gefährliche daran. Da kann man noch so viel festlegen, wie man will, von der Politik her. Das wird schief gehen, und es werden sich garantiert in absehbarer Zeit Fälle häufen, wo halt eben der Entzug nicht gerechtfertigt war, und ich gehe davon aus, dass da auch kräftig geklagt wird. Oh ja, ich hoffe vor allem, dass da auch ordentlich gegen gekämpft wird, weil das ist Bullshit. Also, ich meine, das war vorher schon Bullshit, und dass sie praktisch denselben versuchen, zweimal den Blödsinn hintereinander durchzudrücken, und nur nachher sagen, oh ja, wir haben es ja noch die ersten Kritik zurückgezogen und bearbeitet. Nee, habt ihr nicht. Ihr habt es eigentlich noch schlimmer gemacht als vorher, aber okay. Ja, das Schlimme ist, das Schlimme ist halt einfach auch, dass man auf der einen Seite ja Arbeitskräfte haben will aus dem Ausland, aber es einfach nicht kapiert, dass man ihnen eine sichere Zukunft auch bieten muss. Also, ich meine jetzt nicht finanziell, sondern eine, dass man in dem Land, in dem man dann noch arbeitet, seine Zukunft aufbauen kann. Das hat man von vornherein nicht begriffen. Man hat ja dieses System, ja, ihr dürft für fünf Jahre ins Land kommen und so weiter, oder für ein paar mehr Jahre, da dürft ihr sogar eure Family nachholen, aber und so weiter und so fort. Und das ist das Problem. Japan muss endlich kapieren, dass wenn man wirklich bei den Großen mitspielen will, also sprich bei dem Kampf um Fachkräfte, die man ja nun mal wirklich braucht, weil der Arbeitskräftemangel wird immer schlimmer, dann muss man den Menschen auch eine Perspektive bieten. Und genau das macht man einfach nicht. Und das ist ein fataler Fehler. Es fühlt sich auch an, als wäre die Politik sich überhaupt nicht einig bei dem Thema, weil wir hatten in den letzten paar Wochen schon über verschiedene Maßnahmen gesprochen, die eigentlich dafür da waren, dass etwas zu verbessern, das System und die Situation mit ausländischen Arbeitskräften. Und klar, die waren nicht besonders große Schritte in die Richtung, aber sie waren zumindest ein Fortschritt, ein wenig. Und das hier ist irgendwie komplett in die andere Richtung. Es würden mehrere unterschiedliche Fraktionen in der LDP ihr Süppchen kochen. Die einen sind voll dagegen, die anderen sind irgendwie vernünftiger. Ja, tatsächlich, das passiert auch. Also die LDP ist ja nicht so ein geschlossener Club. Oder ich sage jetzt mal, wie unsere CDU nennt, der Oberguru labert scheiße, alle anderen labern auch scheiße. Entschuldigung, aber naja. Nee, sondern da ist es tatsächlich, die LDP setzt sich ja aus mehreren Fraktionen zusammen. Es gibt halt sehr liberale, sehr konservative und gemäßigte und so weiter und so fort. Und die Konservativen sind halt die größte Stimme. Und dann passiert immer, wenn irgendwas in der Richtung, ja, wir öffnen uns ein bisschen, dann kommen die Konservativen an und hauen halt alles, was sie haben, in den Pott. Und dann passiert genau sowas. Und das ist ein Kuddelmuddel, der für das Land einfach nicht gut ist. Das sagen auch mittlerweile immer mehr Politiker selbst, weil sie halt abversehen, Leute, das ist doch totaler Käse. Es ist wirklich seltsam, dass dann Gesetzesentwürfe von beiden Seiten einfach durchkommen, weißt du? Äh, ja. Ja, ganz komisch. Ja, das ist halt, also um das wirklich zu verstehen, ich glaube, das kriegt man einfach nicht hin. Weil man, wie soll man da durchsteigen? So, und als Ausländer ist es halt so, es gibt ja sehr viele Menschen, die möchten nach Japan. Und dann liebsten auch bis zum Ende ihres Lebens dort leben. Dann kennen wir ja natürlich auch logischerweise einige. Das ist ja, ja, ich sag mal, das Phänomen Japan. Aber man muss sich deshalb wirklich überlegen, ähm, will man, oder kriegt man das überhaupt noch hin unter diesen Bedingungen? Weil, ne, sagen wir mal, du lebst halt 20 Jahre da, dann passiert da irgendwas. Kann ja vorkommen. Ne, Schicksal ist bekanntlich für alle da. Und, ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, dann darfst du wieder zurück. So, steht man ohne alles da. Wie unattraktiv kann man ein System gestalten? Ja. Japan, hier, wir können's, ohne Probleme. Ja, dann müssen wir darauf warten. Und in spätestens ein, zwei Wochen stehen sie dann wieder da und sagen, wir wollen ja ausländerische Fachkräfte haben, aber keiner hat uns lieb und kommt hierher. Wir wissen gar nicht, warum. Schicksal. Und du denkst dir auch so, ja, ähm, was soll man dazu noch sagen, ne? Ja. Das hört sich ein kleines bisschen an wie das Gejammer über Fachkräftemangel. Ja, ja, ne? Irgendwie schuldig. Es ist... Wir brauchen mehr Fachkräfte, aber wir sind absolut nicht bereit, irgendwas dafür zu tun. Eben. Wir sind ein attraktives Land, die Leute kommen schon von selbst und müssen nur zusehen, dass sie auch schnell wieder verschwinden. Ha! Ist das schon ein sehr naives Denken, oder? Es ist lächerlich, ganz ehrlich. Das ist ein privilegiertes Denken, ne? Dass die, die haben, denken überhaupt nicht darüber nach, warum Leute tatsächlich zu ihnen ins Land kommen. Nicht, weil sie Japan jetzt so so bitupi toll finden. Ja, es ist aber nicht nur Japan. Das geht jedem Land so. Wir sind auch nicht besser, seien wir mal ehrlich. Wir wollen zwar mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland, aber Attraktivität haben wir jetzt auch nicht unbedingt gerade zu bieten. Wir haben sogar noch eine AfD, die das kräftig verhindern will. Ja, naja, es ist wieder ein ganz anderes Kaliber. Da müsste man natürlich auch ein bisschen mehr tun, als nur zu sagen, wir haben euch ja alle ganz doll lieb, ne? Also, das ist natürlich etwas komplexer, aber ja, im Prinzip kann man denen auch zustimmen. Es ist überall gleich. Wobei, bestimmt nicht überall. Also, es gibt doch bestimmt Länder, die sich etwas cleverer da anstellen. Ja, was ich ehrlich gesagt konnte gar nicht. Egal, das konnte rausschneiden. So, es gibt aber noch eine weitere Änderung. Und zwar geht es da um das Rentensystem. Es ist nämlich so, dass man, wenn man in Japan lebt oder einen Wohnsitz in Japan hat, muss man unabhängig seiner Nationalität in das japanische Rentensystem eingetragen werden. Und natürlich auch logischerweise einzahlen. Und dann hat man ab 65 Jahre Anspruch auf Rentenzahlen. Also, noch ab 65 Jahren. Das soll ja auf 70 angehoben werden. Weil, naja, die Rentenkasse gibt da auch nicht mehr so viel her. Und da ist es halt so, einige machen es halt eben nicht. Normalerweise ist es halt, du kommst nach Japan, dann müsste sich normalerweise der Arbeitgeber drum kümmern. Oder wie auch immer. Aber passiert hat manchmal nicht. Und dann zahlt man da halt nicht ein. Die Gefahr, dass man dann natürlich im Alter ohne Rente dasteht, also sprich komplett verarmt, ist natürlich extrem groß. So, und jetzt soll das geändert werden. Und zwar soll ab Oktober die Möglichkeit für das Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales bestehen, dass man Daten erhält, sobald ein Ausländer nach Japan zieht. Und dass dann das Ministerium diese Person anschreibt, sagt, hey Leute, du musst dich registrieren. Und wenn die Person nicht registriert, wird halt eine Zwangsregistrierung vorgenommen. Ja. Okay. Passt eigentlich. Das heißt eigentlich nur, dass das Boot Löcher hatte und sie jetzt anfangen, sie zu stopfen. Genau. Also tatsächlich ist das mal wieder eine sinnvolle Änderung. Ich meine mal ernsthaft, der Beitrag beträgt seit April ca. 100 Euro. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Und man muss auch ehrlich sein, das japanische Rentensystem, das ist, also das pfeift aus allen Löchern, weil klar, das Land wird immer älter und so weiter und man braucht Einzahler. Das auf jeden Fall. Und wenn man halt sagt, naja gut, es kommen halt immer mehr Arbeitnehmer hierher und sonst würde ich es auch einzahlen. Es ist übrigens egal, ob ihr später Rente bekommt oder nicht. Also sprich, werdet ihr aus dem Land geschmissen, habt ihr Pech gehabt. Das Geld kriegt ihr natürlich nicht zurück. Ist logisch, ne? Ja, das ist natürlich auch ganz clever, ne? Also wir zwingen euch dazu, einzuzahlen, aber wir schmeißen euch dann trotzdem irgendwann vielleicht raus, damit wir, ja, nee, 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 nee. Ja, aber das ist okay, das ist okay. Mit Steuern kannst du es auch dasselbe sagen, ne? Wenn du arbeitest, zahlst du Steuern, wenn du halt dann gleich im nächsten Jahr wieder Japan verlässt, dann hast du vielleicht nichts von deinen eingezahlten Steuern gesehen, das dir was gebracht hat. Aber das ist schon in Ordnung so. Nein, also es ist tatsächlich sinnvoll, weil es wird ja nicht jeder wieder rausgeschmissen. Es bleiben ja einige wahrscheinlich auch bis zum Jahrnebensende in Japan. Ja, ja. Und da muss man sagen, es ist schon in Ordnung, dass man in, also die öffentliche Rente und so weiter einzahlt. Weil wenn man ein Teil der Gesellschaft sein will, dann muss nicht nur die Regierung zum Beispiel daran arbeiten oder die Bevölkerung. Nein, man selber muss es halt auch. Und das gehört zu den Pflichten einfach dazu, Punkt. Und insofern, es ist eine gute Idee, auch um Altersarmut oder komplette Altersarmut halt eben zu verhindern. Wobei man ehrlich sein muss, wenn man in Japan lebt, sollte man sowieso privat dringend vorsorgen. Ja, man muss, man muss, alle Sachen, es ist in Japan eigentlich seit vielen, vielen Jahren das System so gebaut darauf, dass du auf verschiedenste Art und Weise vorsorgst. Und das macht eigentlich auch so gut wie jeder, ne? Ja, also mittlerweile macht es jeder. Das war zeitweise nicht so tatsächlich. Das kriegen vor allen Dingen gerade in Okinawa die Menschen zu spüren. Da ist die Altersarmut irrsinnig groß. Allgemein ist die Altersarmut in Japan sehr, sehr groß. Deswegen sind aber mittlerweile auch tatsächlich private Absicherungen wahnsinnig beliebt geworden. Weil man halt einfach weiß, naja, die Rente, damit können wir später nicht überleben. Ist zumindest auch ein Grund, warum immer mehr ältere Menschen in Japan sich dafür entscheiden, in der Rente weiterzuarbeiten. Naja, es bleibt dir ja nichts anderes übrig, ne? Ja, eben, genau, das ist das Problem. Besonders betroffen von der Altersarmut sind übrigens Frauen, weil die bekommen vom Haus aus ein bisschen weniger. So, weil wir bei der Politik sind und weil wir ja schon bei der LDP sind, kommen wir doch mal zum Premierminister. Denn der Premierminister hat ja diverse Probleme. Darunter natürlich, dass die Zustimmungsrate für ihn eher, na nennen wir es mal, semi-gut sind. Also die bewegen sich so zwischen 20 und 25 Prozent aktuell. Das ist halt im Prinzip vernichtend. So. Im September sind ja Neuwahlen. Das heißt also, er muss eben zusehen, dass er Rückhalt in der Partei bekommt. Weil ansonsten kann er nämlich eine Neuwahl zum Vorsitzenden der LDP, der ja auch gleichzeitig der Premierminister wird, gnadenlos vergessen. Und das sieht immer schlechter aus. Denn Kishida bekommt jetzt zunehmend Druck von der eigenen Partei, insbesondere auf lokaler Ebene. Das ist zwar eigentlich normal, dass wenn zum Beispiel Zustimmungswerte sinken oder zu viele Wahlen verloren werden, dass dann auf lokaler Ebene jemand ankommt und sagt, das geht so aber gar nicht. Das bemerkenswert hier ist, dass tatsächlich von allen Seiten Druck kommt und eben nicht nur von einer lokalen LDP-Gruppe. Und das lässt seine Chancen, im September wiedergewählt zu werden, immer geringer werden. Puh, ja. Ich meine, es ist natürlich ein kleines bisschen viel Geschwafel, ihm das vorzuwerfen. Weil er den Spätten-Skandal zum Beispiel nicht gescheit geregelt hat, hat er der Partei geschadet. Also ich weiß nicht, ob der Spätten-Kandal jetzt das Schlimmere war oder Kishida das Schlimmere war. Also man muss mal ehrlich sein. Also Kishida kümmert sich wirklich zu wenig. Also er ist halt, oder es heißt halt eben auch aus diesen kommunalen Gruppen, er kann einfach nicht die Partei so führen, wie es jetzt eigentlich notwendig wäre. Das heißt, gemeint damit ist, er kann nicht auf den Tisch hauen. Kann er auch tatsächlich nicht, macht er auch tatsächlich nicht. Er ist ein sehr schwacher, ich sag jetzt bei Führer in Anführungsstrichen. Man merkt das auch bei diversen Sachen. Sei es Vereinigungskirche, da ist er ja wirklich hin und her getanzt. Sei es jetzt hier beim Spendengeld-Skandal. Er kündigt große Maßnahmen an, er entschuldigt sich und so weiter. Was kommt unter den Strich bei raus? Ein Gesetz, das mehr Löcher hat als alles andere. Nee, also ganz ehrlich, er ist keine Führungskraft. Er zeigt zwar im Ausland ein unglaublich starkes Bild. Das liegt ihm auch tatsächlich, aber innerpolitisch, nee. Ja, der Mann ist ein Diplomat, aber nicht viel anderes. Ja, vor allen Dingen sieht man das halt auch da dran. Er fordert ja zum Beispiel, oder das war ja so ein ganz großes Thema, er wird gewählt und kündigt halt an, es findet eine Umverteilung von oben nach unten statt. Ja, seine Umverteilung, was war das? Nix, da ist bisher gar nichts passiert. Weil man geht nicht an die Vermögensteuer, das kann man den reichen Menschen ja nicht antun. Man muss ja, I have a heart for rich people. Ja, toll, super. Tut mir leid, ich kann noch tausend Beispiele aufbringen, aber ich suche gerade krampfhaft irgendwas, was er wirklich richtig gemacht hat in der Hinsicht, also laut seinen Kritikern. Ich finde gerade nichts. Nee, es ist halt tatsächlich so, er ist keine Führungspersönlichkeit in der Hinsicht. Und das stößt halt immer mehr schlecht auf, insbesondere weil ja zum Beispiel die LDP jetzt in, wo war denn das, Shizuoka, genau, die Gouverneurswahlen verloren hat. In Tokio stellt man schon gar keinen mehr auf bei den kommenden Wahlen, weil man sagt, man hat sowieso keine Chance. Im Prinzip häufen sich halt eben die Wahlverluste. Und ja, das ist halt nicht so gut, weil in der LDP ist grundsätzlich auch auf lokaler Ebene es so, man will natürlich Macht haben, weil man hat ja Angst um seine Einnahmen etc. und so weiter. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann rebelliert die untere Hälfte halt. Ja, also es ist eine große Mischung, eine große Mischung aus Kishidas eigenen Versäumnissen und aus den vielen, vielen Versäumnissen und Skandalen der LDP, die ihm jetzt zum Strick werden. Richtig, hinzu kommt, dass vor allen Dingen auch Unterstützer von, sehr viele Unterstützer von Suga bringen sich gerade in Stellung. Suga ist ja einer der wenigen in der LDP, der keiner Fraktion angehört, also auch nicht einer aufgelösten, sondern er gehört schlicht und er gar keinen an. Und da bringen sich gerade sehr, sehr viele in Stellung. Ich warte persönlich eigentlich wirklich nur noch darauf, dass auch Suga tatsächlich langsam mal das Wort ergreift, weil jetzt aktuell, klar, man guckt halt zu, aber ich glaube, das dauert auch nicht mehr lange. Bis er sich wieder in Stellung bringt. Und das finde ich schon hart, weil Suga war jetzt auch nicht unbedingt gerade der beste Premierminister. Nein. Ja, es ist es halt. Und das Problem, was halt viele auch haben, ist tatsächlich, man sucht momentan eine starke Führungsperson, die halt auch die LDP nach außen wieder stärken kann. Also das heißt, dass eben die Zustimmungsrate wieder steigt. Problem ist nur, man hat keinen mehr, weil den einzigen Politiker, den man da hätte haben können, der ist ja nun mal leider nicht mehr da. Ja. Auch wenn er jetzt nicht unbedingt gerade gut fürs Land wäre, das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber man konnte sonst immer halt eben auf Arbeit zurückgreifen und das kann man jetzt nicht mehr. Nee. So, und der LDP fehlt es genau genommen an einem, ja, Gesicht, ganz blöd gesagt. Boah, aber ich bin fast schon froh, dass die LDP jetzt nicht jemanden hat, den sie einfach vorne dran stellen kann, der alles schön redet. Und weil es ist, es gehört schon mal wirklich so weit getrieben, dass die Leute sehen, was der LDP für ein Haufen ist. Ja, definitiv. Das ist auch wichtig. Deswegen, ich bin hier so zwiegespalten. Also es wird nicht zu einem riesigen Machtverlust für die LDP kommen in der japanischen Politik. Was passieren wird, ist, dass die Opposition ein bisschen stärker wird. Das kann aber tatsächlich gar nicht so schaden. Da muss man sich nämlich mehr Diskussionen hingeben. Ich bin halt mal wirklich auf die nächsten richtig großen Wahlen gespannt, ob sie dann noch die Mehrheit tatsächlich in beiden Kammern hat. Weil jetzt aktuell kann sie ja alles durchwinken, was sie im Prinzip in Angriff nimmt. Wenn das nicht mehr möglich wäre, dann könnte die japanische Politik sehr interessant werden. Tschu, 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 tschu. So, und noch eine Sache, weil wir immer noch bei der Regierung sind. Und es ist so, dass die Regierung ihren, ja, ich sag jetzt mal so, Zukunftsplan vorgestellt hat. Und sie möchte halt, dass die Wirtschaft ein beständiges Wachstum über ein Prozent bekommt. Selbst mit einer schrumpfenden Bevölkerung. Das ist extrem ambitioniert. Und um das zu erreichen, sagt man halt eben, es müssen weiter Lohnerhöhungen her. Denn nur dann kann man die Deflation tatsächlich überwinden. Darunter aber auch ein Anstieg des Mindestlohns. Der soll jetzt nämlich sehr schnell auf 1500 Yen steigen. Das sind 8,86 Euro. Und das wäre tatsächlich mal eine ordentliche Erhöhung. Weil jetzt aktuell liegt das so ungefähr bei 1000 Yen. Also 591. Je nach Region. Wo gemerkt, in Tokio hat man halt ein bisschen mehr. In Okinawa hat man halt ein bisschen weniger. So, und es ist halt so, dass man eben sagt, ja, man muss halt zusehen, dass bei den nächsten Shunto, die sind im Frühjahr nächsten Jahres, wirklich mehr rauskommt. Aber, und dabei vergisst man jetzt wieder eine Kleinigkeit, denn so erfolgreich, wie man hier nämlich gerade die Shunto, die von diesem Jahr verkauft, war es überhaupt nicht. Es ist nämlich tatsächlich so, durchschnittlich haben große Unternehmen die Löhne um 5,85 Prozent ansteigen lassen. So, bei den kleinen Unternehmen sind es aber 3,62 Prozent. Und auch nur wenige kleine Unternehmen haben tatsächlich die Löhne angehoben. Obwohl bei den kleinen Unternehmen das viel wichtiger ist, denn das sind die großen Arbeitgeber im Land. Man hatte gesagt, ja, wir entlassen euch, nicht, wenn ihr halt die Löhne anhebt. Das hat aber, naja, sagen wir mal so, dass es nicht gut funktioniert. Ja, ich meine, die großen Gewinner sind halt die großen Unternehmen. Ja, klar. Die haben in den letzten Jahren wunderbar viele Rekordgewinne eingewirtschaftet. Das heißt nicht, dass sie bereitwillig mehr Lohn ausgeben. Die wollen ja ihr Geld behalten, für sich selber. Aber die können es sich zumindest leisten. Bei den kleinen Unternehmen sieht das anders aus. Die können es sich nicht unbedingt leisten. Die ächzen tatsächlich über immer mehr steigende Kosten. Plus, sie können die Kosten nicht einfach weitergeben, was ja jedes Unternehmen machen würde. Denn viele arbeiten halt eben für die großen Unternehmen. Und die sind natürlich in einer Verhandlungsbasis, wo sie dann sagen, ja, macht ihr das höher, suchen wir uns einen anderen. Ja. So, und das ist so ein Teufelskreis. Und deswegen bleiben die Erhöhungen bei den größten Arbeitgebern im Land eigentlich immer relativ niedrig. Es ist tatsächlich so, dass ja trotz Lohnerhöhung die Reallöhne immer weiter schrumpfen. Tja, und das kommt der Wirtschaft auch wieder nicht zugute, denn dadurch schrumpft natürlich die Kaufbereitschaft. Wer hätte es erwartet? Aber genau an dieses Problem geht man eben nicht ran in der Politik. Jetzt müsste man meinen, dass bei dieser Angelegenheit die Erhöhung des Mindestlohns um 50 Prozent richtig was bringen sollte. Aber das ist halt einfach nur, ja, sehr spät. Der ist auch nicht besonders hoch nach der Erhöhung. Er ist eigentlich nicht hoch genug, um wirtschaftlich gigantisch viel auszurichten. Richtig, weil es ist halt einfach so, Produkte des täglichen Bedarfs steigen weiter im Preis, sprich Lebensmittel und so weiter und so fort. Das wird halt immer teurer. So, wenn die Löhne nicht mitziehen, das war ja so die große Hoffnung, die Löhne müssen mitziehen. Jetzt hat man aber die erste Statistik, wo eben die Lohnerhöhungen drin sind. Ja, und die sagen halt, ja, nee, das hat nicht funktioniert. So, doof gelaufen. Tja. Jetzt kommt der ganz große Witz. Natürlich hat man sich ja noch über andere Dinge Gedanken gemacht. Und da kommt eben, dass es notwendig ist, den Staatshaushalt zu sanieren. So, dass es notwendig ist, das sieht ein Blinder mit einem Krückstock. Japan ist ja extrem verschuldet. Das ist einfach Fakt. Und gerade die Zinsen belasten den Haushalt immer stärker. Und das Geld bräuchte man eigentlich zum Beispiel für Sozialausgaben viel, viel dringender. So, die Regierung sagt halt, naja, bis 2025 wollen wir immer noch einen Primärhaushaltsüberschuss erzielen. Das war, glaube ich, der Moment, wo ungefähr alle Kritiker lachend vom Stuhl gefallen sind. Ja, das bleibt komisch. Du hast recht, ja. Jedes Mal, wenn sie irgendwas in der Richtung sagen, muss man eigentlich nur lachen, weil... Also, gemerkt, Primärhaushaltsüberschuss heißt nicht, dass man sagt, okay, wir wollen Schulden dann auf Null haben. Das natürlich nicht. Sondern es geht darum, dass die Steuereinnahmen, ich glaube, die Steuereinnahmen höher sind als, ach, keine Ahnung, ich steck da mittlerweile auch schon nicht mehr durch. Also, die Ausgaben. Also, es ist gemeint, keine neuen Schulden machen ist das Ziel. Genau, das war's. So. Wir reden von der LDP. Das wird nicht funktionieren. Die LDP hat jedes Jahr Schulden gemacht. Vor allen Dingen ist die LDP bekannt dafür, dass sie gerade vor Wahlen sehr gerne mit Geld um sich schmeißt. Sehr, sehr gerne mit Geld um sich schmeißt. So. Ob's klappt, wie gesagt, bezweifle ich ein bisschen. Hinzu kommt, wie sollen die Schulden denn bitte abgebaut werden, wenn man immer mehr Zinsen bezahlen muss? Und wenn man vor allen Dingen immer mehr auch ins Sozialsystem stopfen muss, weil die Zahl der Rentner steigt? Tja, das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Das funktioniert nicht so, wie man sich das denkt, weil man hat nämlich eigentlich in der Politik gar keinen richtigen Plan, wie das eigentlich funktioniert werden soll. Und man muss auch dazu sagen, die Staatsschulden sind nicht gerade gering. Also, sprich, derzeit sind sie doppelt so, also mehr als doppelt so groß wie die Wirtschaftsleistung des Landes. Und das soll was heißen. Das ist wirklich eine Marke. Ja, was bräuchten sie? Sie bräuchten Wachstum. Sie bräuchten wieder eine Möglichkeit aus der Inflation heraus. Ja. Und bisher sind die einzigen Pläne hier, oh, die Leute brauchen mehr Lohn. Dann haben sie mehr Geld, geben mehr aus, dann ist die Wirtschaft schon wieder in Ordnung. Aber dazu müsstest du eigentlich die Gewinne von den großen Firmen müsstest du wirklich abzweigen und verteilen. Und ich glaube nicht, dass das die LDP macht. Nein, vor allen Dingen ist es ja auch so ein Teufelskreis. Also, man sagt halt eben, ihr müsst jetzt mehr Gehalt zahlen. Ich meine, gut, im Prinzip ist es ja auch richtig. Zahlt mehr Gehalt, dann bekommt ihr halt eben auch bessere Arbeitnehmer. Oder überhaupt Arbeitnehmer, weil mittlerweile ist der Arbeitnehmer in einer so guten Position, dass er sagen kann, ja, dann biete mir was. Vielleicht fange ich bei dir an. Wenn mir das nicht passt, gehe ich als Unternehmen B, da kriege ich auch einen Job. Also, die Verhandlungsposition für einen Arbeitnehmer wird in Japan immer besser. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Klar müssen Unternehmen da was bieten. So, Problem ist, was man halt einfach nicht erkennt, dass große Unternehmen das machen können. Weil die haben halt ihre internationalen Märkte und so weiter. Ich meine, so ein Big Player wie Sony zum Beispiel, der kann sich das erlauben. Der Zulieferer für, weiß ich nicht, Playstation-CDs oder so, ich habe keine Ahnung, der kann sich das eben nicht erlauben, weil er nur Sony in Japan beliefert. Hip, hip, hurra. Man vergisst einfach, dass man, um das Ziel zu erreichen, was man im Entwurf für die Wirtschaft und Finanzpolitik sich so vorstellt, dass man da halt eben auch noch ganz andere Faktoren bedenken muss. Und diese werden halt nicht bedacht. Und das Gleiche ist auch mit den Schulden. Man sagt zwar, na ja, Primärhaushaltsüberschuss wollen wir erst mal erzielen, spitzmäßig. Man vergisst aber, ja, Leute, was passiert jetzt eigentlich, wenn ja zum Beispiel die Zinsen noch weiter steigen? Wie wollt ihr das finanzieren? Da gibt es überhaupt keine Antwort drauf. Ja, es ist eine Einbahnstraße. Nee, Einbahnstraße ist vielleicht das falsche Wort. Ein Torfelskreis aktuell. Es ist auf jeden Fall eine Straße, die nicht besonders viele Spuren hat. Die Ziele der japanischen Regierung und ihre Möglichkeiten, da hinzukommen, sind einfach beschränkt. Wenn jetzt wirklich die Löhne steigen würden wieder nächstes Jahr, schön kräftig, um die Inflation auszugleichen, heißt das nicht automatisch, dass die Leute das Geld wieder ausgeben? Es kann sein, dass die es sparen, weil die jetzt merken gerade, oh mein Gott, das ist echt wichtig, mal was Gespartes zu haben. Ja, weil man darf eine Sache auch nicht vergessen. Es sind ja nicht nur die Sachen wie zum Beispiel Lebensmittel und so weiter. Nee, die Energiepreise steigen auch noch sehr lustig weiter an. Und sie werden auch noch teurer, weil demnächst gibt es ja noch eine Zusatzgebühr, um eben die Atomkraftwerke zu finanzieren. Plus, man hat ja jetzt schon angefangen, die Energiepreisbremse zurückzufahren. Das heißt, die Preise steigen allgemein gerade so ein bisschen. Und das ist halt auch wieder so ein Ding. Man sagt zwar, naja, mehr Löhne und so weiter, damit wir aus der Deflation rauskommen, die Leute sollen gefälligst einkaufen gehen. Tolle Idee, aber vielleicht sollte man ja nicht alle Subventionen streichen. Also ich meine ja nur, so funktioniert das halt eben einfach nicht. Ich meine, gut, ich bin jetzt kein Wirtschaftsass und so weiter, will ich auch nie sein. Ich glaube, dann würde ich wahnsinnig werden. Aber selbst ich merke, dass das hier ein bisschen kurz gedacht ist. Ja. Aber ist ja wieder typisch, ne? Ja, nix Neues. Nö. Oder, okay, ja, also nix groß Neues. Es ist tatsächlich gar nix Neues, weil letztes Jahr haben sie genau dasselbe gesagt. Meine Güte, sollten wir es denn überhaupt aufnehmen in die Nachrichten, wenn es nix Neues ist? Du hast die Nachrichten rausgesucht, das war nicht ich. Stimmt, ich bin schuld. Ja, siehst du? So, eine Sache noch ganz kurz zur japanischen Wirtschaft. Wer hätte es gedacht, die Insolvenzen in Japan steigen auf Rekord hoch. Ja, klar. Die ganz kleinen, beziehungsweise auch einige der mittleren Firmen, die nicht daran glauben. In Zahlen ist es so, dass im Mai 42,9% mehr Unternehmen als im Vorjahr in Insolvenz gegangen sind. Das waren insgesamt 1.009 Unternehmen. Grund ist vor allen Dingen der schwache Yen, der sorgt halt einfach für verdammt hohe Kosten. Doof. Problem ist aber auch, und das sagt das Kreditforschungsunternehmen Tokio Schoko Research, das ist übrigens auch ein toller Name, Tokio Schoko, dass das in der nächsten Zeit noch schlimmer werden wird und das ist alles andere. Alles gut. Denn die Zahl der Insolvenzen sind jetzt mittlerweile zum 26. Mal in Folge gestiegen und auch die Gesamtschulden der Unternehmen ist halt ordentlich angestiegen und das ist, also wie gesagt, alles andere als gut. Das zieht sich vor allen Dingen auch quer durch olle Branchen. Ja. Und das ist nicht nur falsches Management, das ist einfach wirklich die Situation generell im Land, dass es zu schwer wird für viele kleine Geschäfte, genug Geld zu machen, um aus der Schuldenmesse herauszukommen. Ich meine, wir haben auch andere Beispiele. Das alte Anime-Studio Gainax hat Insolvenz angemeldet, auch Ende Mai. Und die haben sich einfach über viele Jahre total K.O. gewirtschaftet. Oh ja, da ist eine Menge mit Misswirtschaft und Schmuh in der ganzen Story drin. Also das ist nicht unbedingt der schlechten Misere der Wirtschaft zu verschulden. Das haben die selber verbockt. Aber ja, bei vielen anderen ist es halt nicht so. Die haben keine andere Wahl gehabt, egal wie gut sie wirtschaften. Ja, man muss aber auch noch eine Sache dazu sagen. Viele von den Unternehmen haben sogenannte Corona-Kredite in Anspruch genommen. Also das heißt, die waren schon während der Corona-Zeit gnadenlos am Ende und wurden eigentlich künstlich am Leben gehalten. Das Phänomen sind wir hier in Deutschland übrigens auch. Tatsächlich heißt es ja gerade heute wieder von der Tagesschau, die Insolvenzen sind auf den Rekord hoch gestiegen. Guckt man sich die Zahlen an, erstens ist es immer noch kein Rekord hoch, das war vor der Pandemie teilweise schlimmer. Und zum anderen muss man halt auch überlegen, es sind immer noch Folgen der Pandemie. Weil wer sich nur mit einem Kredit über Wasser halten konnte, da sagen wir mal ehrlich, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wenn dieser Kredit jetzt zurückgezahlt werden muss, dass man das nicht machen kann. Und dadurch gehen halt natürlich auch sehr viele in Insolvenz. Und das ist in Japan halt genau das Gleiche. Also es hört sich immer schlimm an, aber wenn man sich die Details anguckt, dann ist es eigentlich recht einfach zu erklären. Natürlich, wie gesagt, der schwache Yen spielt auch eine Rolle, denn der treibt nun mal die Importkosten hoch. Auch die Energieversorgung wird dadurch teurer. Das können sich halt auch viele, gerade kleine Unternehmen natürlich nicht leisten. Das ist klar. Dazu kommen eben noch Lohnerhöhungen, die ja nun mal da sind. Zahlt man sie nicht, hat man auf einmal keine Arbeitnehmer mehr. Das ist halt alles so, es hört sich halt immer so toll an, was da so von Politikseite kommt. Erhöht die Nöne, wir unterstützen euch und so weiter. Aber genau hier dran merkt man eben, das bringt noch nicht so viel, wenn ihr nicht richtig unterstützt. Und das machen sie ja anscheinend nicht. Der Weg raus aus der ganzen Misere ist noch ziemlich weit. Richtig. Wenn wir doch die ganzen Auswirkungen jetzt so spüren noch so. Ja, das ist, also es ist semi gut. Und wenn das halt weiter ansteigen wird, man merkt halt eben einfach, ja, man sollte vielleicht langsam mal was unternehmen. Aber das wäre ja zu einfach, wenn man mal wirklich was machen würde. Nee, 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 nee. Ich meine, viele, viele einzelne Stimmen und größere Stimmen in der japanischen Gesellschaft pochen schon seit Jahren darauf. Auch die großen Wirtschaftsverbände, wie zum Beispiel Kei Danren, das drängt darauf vor, dass bestimmte Sachen geändert werden müssen, weil es einfach wirtschaftliche nur Nachteile haben. Wie zum Beispiel die Gesetzesänderung für die Nachnamenwahl. das ist so ein ewig langes Thema, wo halt die Regierung nichts macht. Ja, das ist auch wieder so ein Ding. Es hört sich jetzt auch nur so an, ja, das ist ja nur für verheiratete Paare und so weiter, aber es hat halt auch wirtschaftliche Folgen. Weil, nehmen wir mal an, Selbstständiger A heiratet Selbstständige B. So. Selbstständiger A und B haben sich ja logischerweise eine Firma aufgebaut mit ihren Namen. Es ist ziemlich blöd für einen Selbstständigen, wenn er seinen Namen ändern muss. Und genau das muss er tun, weil man darf ja nur einen Nachnamen haben. Meistens ist es dann der des Mannes, das heißt, Mann hat es mal wieder ein bisschen einfacher. Frau, selbstständige Frau steht aber doof da und muss sich dann erstmal um neuen Namen kümmern. Und bis das tatsächlich überall angekommen ist, also nehmen wir zum Beispiel mal an, sie ist im Ausland sehr aktiv, da kann das wirklich eine Weile dauern. Und Kardanren warnt halt eben davor, Leute, das geht so nicht, das ist wirtschaftlich immens schädlich, lasst es. So, das haben sie aber auch schon im Januar und im März gemacht diesen Jahres und jetzt ist denen in Anführungsstrichen der Kragen geplatzt und jetzt haben sie halt den Druck nochmal erhöht und gesagt, liebe Regierung, wenn das nicht bald passiert, knallt es hier, weil das kann so nicht weitergehen. Wo gemerkt, genau so haben sie es natürlich nicht gesagt, aber so in die Richtung geht es halt, weil es passiert einfach gar nichts. Das Thema wurde gar nicht angefasst und wenn jetzt schon der größte Wirtschaftsverband Japan den Druck erhöht, dann soll das was heißen, weil die sind verdammt mächtig. Ich kann es durchaus verstehen, weil wie wir halt schon oft genug hier in dem Podcast diskutiert haben, dass die aktuelle Rechtslage einfach doof ist. Also das macht keinen Sinn, warum man es immer noch verbietet. Naja, warum man es verbietet, ist ganz einfach zu erklären. Achtung, jetzt kommt es. Die Konservativen in der LDP finden, dass man so, das Familienbild in Japan zerstört, wenn man eben doppelte Nachnamen zulässt. Ach ja. So haben wir es schon immer gemacht. Genau, so gehört sich das Basta. Ja, also, na egal. Auf jeden Fall ist es gut zu sehen, dass der Druck erhöht wird, weil mit Vernunft kommst du da auf jeden Fall nicht weiter. Da musst du einfach nur so lange trietzen und terrorisieren, bis die sich in Bewegung setzen. Seit wann kommt man mal mit Vernunft bei Konservativen weiter? Ach Gott, ich meine, die Regierung ist halt eine Regierung und eine Regierung könnte manchmal auch auf Vernunft hören. Das funktioniert. Es kommt halt darauf an, wie mächtig die jeweiligen Flügel sind. Und wie gesagt, die Konservativen sind sehr, sehr mächtig in der LDP. Denn tatsächlich gibt es auch in der LDP-Unterstützer oder überhaupt allgemein in der Regierung Unterstützer dieses Vorschlags. Die würden das am liebsten jetzt schon umsetzen. Aber wir hatten ja zum Beispiel den Fall, dass sich ja selbst die Gleichstellungsbeauftragte in Anführungsstrichen gesagt hat, ja, nö, ich unterschreibe dann auch mal so ein Ding gegen doppelte Nachnamen. Ja, aber du trotzdem, auch Konservative hören auf das Geld, beziehungsweise dafür sind sie eher bekannt. Und das sollte irgendwann hier mal klingeln, das Thema. Wäre wünschenswert tatsächlich. Weil ich meine ganz ehrlich, was ist denn das Problem, zweiten Nachnamen mit einzuführen? Also ich raff's nicht, aber gut. Naja, so ist das halt. So, jetzt kommen wir aber weg von der Politik. Wie jetzt? Naja, wir kommen einigermaßen weg von der Politik. Kommen wir mal nach Tokio. Denn es ist so, die Bevölkerung von Japan konzentriert sich ja auf die Großstädte, weil da gibt es Arbeit und so weiter. Und natürlich auf Tokio. Ich meine, Tokio ist ja nicht umsonst so groß geworden. Und die Regierung hat jetzt festgestellt, dass die Bevölkerungskonzentration auf Tokio sich in den vergangenen zehn Jahren nicht wirklich verändert hat. Wer hätte es erwartet? Das führt natürlich zu einer Abwanderung aus ländlichen Gebieten. Sprich, die ländlichen Gebiete sterben immer mehr aus. Und ja, das ändert sich halt eben nicht. Trotz Pandemie, wohlgemerkt, es gab ja in der Pandemie so ein bisschen die Hoffnung, dass die Leute jetzt doch eher aus Tokio rausgehen. Da hat man ja auch sehr viel getan. Aber Pandemie vorbei, bumm, hat sich das Ganze wieder gedreht. Tatsächlich ist es so, dass der sogenannte Wanderungssaldo, also die Differenz zwischen Zuzüge und Wegzüge 2023 mal eben wieder ordentlich angestiegen ist. Und zwar mehr als 30.000 Menschen. So, jetzt aber folgendes lustiges Problem. Jetzt kommen wir wieder zur Politik. Die Politik versucht seit Jahren dagegen was zu tun. Und zwar wurde 2014 das allererste Mal eine Strategie aufgestellt, um eben diese Bevölkerungskonzentration irgendwie aufzulösen. hat nicht wirklich geklappt. Dann hat man 2020 sich hingestellt und gesagt, ja okay, wir haben unser erstes Ziel nicht erreicht, wir brauchen einen neuen Plan. Da, ja gut, hat man also einen neuen Plan aufgesetzt. Dann hat man festgestellt, oh, wir haben hier Probleme, wir verschieben das Ganze mal auf 2024. Hat jetzt irgendwie auch nicht funktioniert, ne? Nö, nicht wirklich. Also, ja, verschieben löst meistens das Problem nicht. Leider. Würde ich natürlich auch gern so machen, aber geht nicht. Richtig. 2022 hat man dann eine neue Strategie entwickelt. Die soll jetzt 2027 komplett abgeschlossen sein. Es sieht aber auch momentan nicht wirklich so aus, als wenn das funktionieren würde. Weil Fakt ist halt einfach, Tokio, naja, da konzentrieren sich halt einfach die Firmen. Das ist nun mal so. Und auch in den anderen Großstädten. Und ländliche Gebiete leiden halt immens drunter, weil sie einfach keine attraktiven Arbeitgeber haben, wenn sie überhaupt noch welche haben. Plus, man darf auch nicht vergessen, man geht ja immer davon aus, in Japan ist die Infrastruktur so toll. Ja, die ist auch wirklich gut, sofern du nicht auf dem Land bist. Ja. Aber jetzt mal, ich weiß nicht, wie wollen sie die Leute dazu bewegen, mehr ins Land zu ziehen? Klar, sie haben die Idee, dass sie steuerliche Anreize haben dafür. Ja. Kriegssteuererleichterungen. Und sie wollen die Firmen dazu bewegen, Satellitenbüros einzurichten. Ja. Damit es überhaupt Arbeitsstellen und Möglichkeiten gibt. Aber ich frage mich immer, was ist mit unserem leidlichen Kind der Heimarbeit, das Homeoffice, was ist, wenn die Regierung in der Pandemiezeit Homeoffice tatsächlich so gesetzlich so festgelegt hat, dass es etwas ist, das bei Möglichkeit angeboten werden muss von der Firma. Hätte das was geändert? Oder hätten einfach die, meinst du nicht? Also tatsächlich ist es so, das könnte tatsächlich ein einziger Vorteil an der aktuellen, an der aktuellen hohen Preise sein, weil die Mieten auf dem Land sind natürlich günstiger. Viele würden auch unheimlich gerne aufs Land ziehen, weil, also Tokio zum Beispiel ist sauteuer, das muss man ganz ehrlich mal sagen. Und die Preise steigen ja immer weiter. Das Problem ist aber, dass die Infrastruktur das gar nicht hergibt. Also selbst, es sind ja Satellitenbüros und so weiter entstanden, aber die werden einfach schlicht und ergreifend nicht genutzt und die meisten werden auch schon wieder zugemacht, weil man halt eben feststellt, ja bringt nicht sehr viel. Firmen haben sich sehr stark drauf versteift zu sagen, ey Leute, ihr müsst hier wieder ins Büro, kommt mal schön alle artig her, weil wer im Homeoffice ist, der ist ja faul. Und das Problem ist halt einfach, dass man die gesamten Anreize zwar gegeben hat, aber man konnte sie nicht festschreiben, da war der Widerstand zu groß. So, und jetzt hat man den Salat und Fakt ist halt einfach, das lässt sich auch nicht so einfach beheben, denn über die Hälfte der ländlichen Gemeinden in Japan gelten als entvölkert, ganz hochoffiziell. Das heißt nicht, dass sie komplett leer sind, aber naja, sie sind kurz davor. Und um die gesamte Infrastruktur dort zu richten, so wie man es braucht, Internet, Straßen, etc. Und so weiter. Das würde Unsummen an Geld kosten. Das kann das Land gar nicht stemmen. Ja, Infrastruktur ist gefährlich. Wenn du die vernachlässigst, dann ist die Kosten, um das wieder in Stand zu setzen, sind absolut nicht zu stemmen. Richtig. Als Beispiel, es ist ja wahnsinnig toll, dass einige Kommunalverwaltungen sagen, hey, gründest du hier ein Unternehmen, dann kriegst du Geld von uns. Das ist super. Problem ist aber, dass die Kosten eben deswegen so hoch sind, weil wenn man zum Beispiel einen Zulieferungsbetrieb braucht, dann muss man sich schon wieder an Tokio wenden. Wohnt man jetzt irgendwo ganz böse auf dem Land, dann wird es schwer, überhaupt Sachen dahin geliefert zu bekommen und so weiter und so fort. Und das ist halt alles nicht ganz so einfach, weil die ganze Struktur ist halt eben auf den Großstädten aufgebaut. Da hat man in Vergangenheit ein paar kleine Fehler gemacht. So, und dementsprechend wachsen die Großstädte über mehr. Ich meine, Tokio wächst und wächst und wächst. Wahrscheinlich wird Japan irgendwann in Tokio umbenannt. Das wird auch nicht aufhören, weil man, das kann man einfach nicht mehr stoppen. Der Zug ist abgefahren. Ja, hat bei Japan logischerweise auch sowas damit zu tun, wie es geografisch aufgebaut ist. Das hat zwar, das habe ich schon mal erwähnt, ungefähr dieselbe Fläche an Land wie wir hier in Deutschland. Aber die haben viel mehr davon durch Berge einfach verbaut. Also die Berge sorgen dafür, dass du da nicht überall einfach hinbauen kannst. Über 85 Prozent von Japan ist so bergig, dass es sich da nicht lohnt. Deswegen konzentriert es sich da, da wo es flach ist, heftigst. Und das ist dann natürlich die Bucht von Tokio, einer der größten Konstellationsteile. Und das ist teilweise wirklich so, dass davon eingeschränkt wird, wie groß deine Stadt sein kann. Weil du brauchst ja auch noch eine bestimmte Fläche für Ackerbau. Allerdings das Problem löst sich auch gerade von selbst. Immer mehr Betriebe, also gerade landwirtschaftliche Betriebe, finden keine Nachfolger oder, oder, oder und geben auf. Die Versorgungssicherheit oder Selbstversorgungssicherheit in Japan wird ja auch immer schlechter. Auf jeden Fall, das bedeutet, dass alles Ländliche, das irgendwo in einer bergigen Region ist, im Endeffekt, ja, vergessen wird. Weil da hat sowieso kein Wachstumspotenzial im Endeffekt. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich wahnsinnig schade. Also allgemein überhaupt, weil Japan ist gerade im Ländlichen unheimlich schön. Oh ja. Ich glaube, da könnte man auch wahnsinnig entspannt wohnen, wenn man ehrlich ist. weil, wenn ich mir so, also ich persönlich mag Tokio gar nicht. Ja, ich weiß, Tokio hat auch schöne Ecken, brauchen wir nicht drüber reden. Aber mich erschlägt diese Stadt jedes Mal, wenn ich da bin. Es ist mir teilweise zu voll, zu viel Gewirr und ich komme mir vor wie im Ameisenhaufen. Das ländliche Japan, das liebe ich, weil das ist ganz, ganz anderes Feeling. Und, ähm, gerade auch, äh, für Arbeitnehmer, finde ich, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, um halt Stressabbau zu betreiben, einfach mal raus aus der Stadt. Und zwar nicht nur zu den Ferien, sondern tatsächlich raus. Aber sie haben ja keine Wahl. Und, ähm, auch Kosten, wie gesagt, ist ja ein irrsinniger Faktor. Weil ja, Tokio ist, äh, teuer. Und sie tun ja gerade noch einiges dafür, noch teurer zu werden mit dem Stadtentwicklungsprojekt. Ja. So, aber wenn wir gerade bei Tokio sind, da haben wir jetzt mal eine kuriose Geschichte von euch, weil wir haben jetzt genug, äh, ähm, Politik und Co. Und zwar, ähm, ist es so, dass es in Tokio logischerweise auch Ecken gibt, ähm, da hat man einen wahnsinnig schönen Blick auf den Fuji. Und das lieben natürlich auch die Einwohner, so logisch. Aber wie gesagt, Tokio wandelt sich und, ähm, so hat man in, äh, der Straße Fujimidori doch einfach glatt ein schönes Hochhaus hingeklatscht, das aber blöderweise den Blick auf den Fuji versperrt hat. Fanden die Einwohner nicht ganz so toll übrigens. Also alleine auf den Bildern sieht das auch wirklich so, ja, man sieht noch einen Teil des Fuji und dann sieht man das Hochhaus. Wow. So, und jetzt wird es noch ein bisschen kurioser, weil, äh, klar, ne, die Bürger haben dagegen protestiert und so weiter und so fort, hat nicht viel gebracht. Keiner hat auch verstanden, warum das überhaupt genehmigt worden ist, weil logischerweise gehen dadurch die Immobilienpreise der anderen Häuser in den Keller. So, jetzt ist das gute Ding fast fertig und jetzt sagt auf einmal der Bauherr, na gut, wir reißen es wieder ab. Oh, okay. Kann man das denn so einfach machen? Also, mit fast fertig meine ich, es ist eigentlich, müsste, glaube ich, nur noch die Fassade gestrichen werden, der Rest steht. Gute Güte. Ja, also, kann er das einfach so abschreiben? Also, als könnt ihr mit Geld rumschmeißen, als wäre es nix? Das weiß ich wiederum nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wer der Bauherr tatsächlich ist. Da stand er mit mir leider nirgends. Aber gut, er macht es halt jetzt. Okay, es ist auch saumäßig dämlich. Du guckst die Straße entlang und die Hälfte von Fuji ist von diesem Wohnkomplex überdeckt und das ist, die Straße heißt Fuji Midori, ja, die Straße, wo du den Fuji sehen kannst, wörtlich. Ja, das ist natürlich selten dämlich, aber trotzdem ist es ziemlich weit gekommen, bevor irgendjemand dann den, ja, man hat eigentlich, man hat vor allen Dingen im Vorfeld versucht zu verhandeln. Das Ding ist, sollte ursprünglich elf Etagen hoch sein. Man hat gesagt, Leute, reduziert das bitte auf vier, dann hieß es, nee, ist nicht wirtschaftlich, aber wir machen, weil wir, weil ihr es seid, machen wir nur zehn Etagen. So, also, insgesamt wollte man 18 Wohnungen dort einbauen und dass das Ganze jetzt abgerissen wird, stößt allerdings auch auf Kritik, wenn man sagt, naja, toll, jetzt habt ihr es da schon hingestellt, jetzt reißt ihr das Ding wieder ab, das ist wieder Unsummen an Blödsinn, der da veranstaltet worden ist und das ist so ein typischer, man könnte sagen, Schildbürgerstreich, weil einfach keiner kapiert, was da überhaupt abgelaufen ist. Ja, und leiden müssen darunter natürlich wieder die Bewohner, weil, soweit ich es verstanden habe, war das ja schon alles geplant, dass die demnächst da einziehen sollen, ne? Wie gesagt, das Ding ist eigentlich fertig. Ja, ja, und jetzt stehen sie ohne Bude da, was natürlich auch ganz großartig ist. Und es ist auch nicht gerade leicht, in Tokio mal eben eine Alternative zu bekommen. Das ist wohl auch wahr. Gut, aber zumindest ist der Auftrag auf den Fuji gerettet. Weißt du, da kriegst du was schon, Lust davon zu spekulieren, da könnten einem gerade so irgendwelche Verschwörungstheorien einfallen, weil die hat den doch bestimmt nicht abgerissen, nur weil er jetzt gemerkt hat, auch der Blick vom Fuji wird versperrt. Das sollten wir uns überlegen sollen. Das ist bestimmt ein anderer Grund. Es steht leider, also es war beim besten Willen nicht rauszubekommen, warum das jetzt abgerissen wird. Es gibt null Statements dazu. Ich tippe tatsächlich drauf, dass das irgendwas mit einer Behörde zu tun hat, dass dann einer aufgewacht hat und gemerkt hat, oh, das war doch vielleicht gar nicht so gut, dass wir das Ding da hingestellt haben. Irgendwo in dem Dreh wahrscheinlich. Aber das war leider gar nicht rauszubekommen. Schade eigentlich, ich hätte das auch gerne gewusst. Ja. So, jetzt machen wir mal einen kurzen Ausflug nach Kyoto. Denn Kyoto hat ja das bekannte Gyon-Festival. Das ist ja so ein riesengroßes Festival mit Laternen, die da durch die Gegend getragen werden und so weiter und so fort. Und man hat sich halt, wenn wir das letztes Jahr, glaube ich, ausgedacht, okay, wir müssen das Festival ja finanzieren. Klar, logisch. Also bieten wir doch Premium-Sitzplätze an. Die sind übrigens auch ganz schön teuer, weil so ein Sitzplatz kann eben mal ganz schnell 400.000 Yen kosten. Das sind so 2.382 Euro. Um das Ganze attraktiv zu machen, bietet man den Leuten, die das halt eben kaufen, das sind ja vermögende Leute, weil ganz ehrlich, bei dem Preis, das hast du nicht mal eben nebenbei, sagt man halt eben, naja, Leute, wir bieten euch alkoholische Getränke und lokale Gerichte an. So. Das wiederum findet aber der Oberpriester des Yakashi-Ninja-Schreins nicht gerade unbedingt so toll. Der hat jetzt nämlich damit gedroht, dass er aus dem Tourismusverband der Stadt austritt, wenn Alkohol bei diesem Festival serviert wird, weil das ist halt eben ein schildoistisches Festival und das geht ja man gar nicht. Dazu kommt, dass der Oberpriester übrigens der Vorsitzende des Tourismusverbands ist und das gar keine so gute Idee ist. Ui. Ja, und jetzt hat man gerade den Salat. Weil, seien wir mal ehrlich, wer gibt eigentlich so viel Geld aus, nur um sich das Festival anzugucken? Gut, man sitzt ein bisschen erhöht. Okay, aber dafür so viel Geld auszugeben? Du, was einige Leute Geld ausgeben für Sportveranstaltungen, was da einige Plätze kosten. Ich will ja noch nicht mal über die Fußball-Wählen, alle anderen möglichen Sportveranstaltungen. Ich habe mal geguckt, was so an großen Rugby-Veranstaltungen in Amerika, was das kostet, die Plätze. Das ist unglaublich, das sind so viele zigtausende von Dollar, die einzelnen Plätze. Ja, gut, aber Festival einmal im Jahr oder so, mehrmals im Jahr, ich weiß ja nicht. Ja, klar. Also man verliert so zumindest ein Lockmittel und ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte es verstehen, wenn viele halt nicht sagen, äh, äh. Was das ganz Kuriose daran halt ist, ich meine, sich die Idee mit dem Alkohol servieren und so weiter, hat sich eben der Tourismusverband ausgedacht. Er war da Vorsitzender oder ist noch Vorsitzender. Wieso hat er es nicht von vornherein gestoppt? Ja, hat er es nicht mitbekommen? Das ist irgendwie so. Als Vorsitzender wäre das schon ziemlich peinlich, das nicht mitbekommen zu haben. Ich meine, bei der Argumentation stimme ich ihm zu. Also das ist ein schintuistisches Fest, das macht man da einfach nicht. Punkt. Bin ich ganz bei ihm? Muss man auch nicht machen. Ich bin ja sowieso nicht mein Teil Alkohol ablehnt. Aber dass das von vornherein, dass er nicht gesagt hat, ja, nee, machen wir nichts, und man jetzt halt so eine Schlammschlag gerade entsteht, das ist tatsächlich ein bisschen seltsam. Wir haben ja nicht wirklich den Einblick daran, was da hinten dran passiert ist. Es kann sein, dass er die ganze Zeit schon dagegen war und er sich einfach nicht durchsetzen könnte und dann jetzt hier einfach mit der nuklearen Methode drangeht. Naja, sonst den Alkoholherr gegen Tee austauschen, ist auch nicht das Problem. Ja, ich denke eigentlich, das ist doch etwas, worüber man durchaus verhandeln kann. Ja, schwierig, denn das Problem ist für mich, die Karten für dieses Jahr sind schon verkauft worden. Ah, also du meinst, dass man droht, Gefahr zu laufen, leere Versprechen gemacht zu haben. Mhm. Ja, gut, das ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn man das schon so organisiert hat. und wenn man jetzt sagt, okay, Essen ausschenken reicht, nein, auch dagegen tatsächlich protestiert der Schrein, weil man soll eigentlich nur zugucken, so gehört sich das, basta. wäre es denn eine Möglichkeit, wenn man das außerhalb vom Schrein praktisch anbietet? Oder... Das wäre jetzt zum Beispiel, denke ich, eine gute Alternative. Oder davor, man sagt halt eben, bevor die Parade beginnt, haben wir hier noch ein leckeres Zeltchen für euch, da könnt ihr euch, da könnt ihr euch, da könnt ihr intimieren. Ja, also ich meine jetzt wirklich außerhalb des Gebiets, aber na gut, na ja, es lässt sich bestimmte Lösungen finden, also, dass da gewisse Leute halt nicht so fried sind, ist ja verständlich, wenn man das Ganze ohne Absprache irgendwie macht, aber ja, da kann man sich doch sicherlich einigen, finde ich. Wäre tatsächlich schön, ja. Naja, zumindestens ist da jetzt ein ordentlicher Streit am Brand, ich bin da auch mal gespannt, wie der ausgeht. Kurze Frage an euch, haben wir jetzt eigentlich noch Zeit? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt sind. Wir sind schon bei über einer Minute, über einer Stunde. Ja, das ist mir klar, aber wir hatten ja auch Ausfälle, Ja, wir sind schon bei einer Stunde sieben, also es ist schon recht ordentlich. Deswegen frage ich, sind wir mit der Stunde voll, wenn wir alles rausschnüppeln? Ich denke schon. Auf jeden Fall, ja, wir sind voll. So, liebe Leute, trotz der technischen Probleme haben wir es heute geschafft, yay, und hier waren einige technische Probleme. Heute ist echt der Wurm drin, oder? Liebe Leute, für die, die Fußball gucken, wir hoffen, weil der kommt ja am Mittwoch raus, dass Deutschland noch dabei ist und dann toi toi, wir wünschen euch viel Spaß dabei für alle anderen. Viel Glück beim Fußball entkommen, das ist ja in Deutschland bekanntlich immer ein bisschen schwierig. Schaut euch doch am besten das Japanese Film Fest an, also zumindest die Dramen, die noch laufen. Wie gesagt, alle Infos in der Podcast Beschreibung. Ansonsten, wenn ihr weitere Japan News lesen wollt, dann kommt auf summikai.com, da haben wir jeden Tag was für euch und ab Freitag haben wir auch noch den Anime Buster mit Matze und Miki, da gibt es halt auch noch einiges, Richtung Popkultur natürlich. Tja, und ansonsten, liked uns, wo ihr uns liken könnt. und vielen Dank übrigens auch nochmal an alle neuen Follower. Wir finden es echt toll, wie der Podcast gerade wächst. Ach ja. Und ansonsten, eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.